Ich meine, war mir von vornherein klar, dass es nicht mit allem geht. Aber doch so mit einigen, ne? Was ist denn hier los? Du funktionierst doch. Ich hab Angst, dass ich auch runtergeschoben werde von dem Ding. Ähm, genau. Und zwar... Jetzt kann ich mich doch hiermit so durchschmuggeln. Oder? So theoretisch meine ich. Äh, gab's den Punkt gerade? Ist ja krass. Ich dachte gerade, höh, das geht überhaupt nicht, aber... Es gab offensichtlich einen Punkt und... Fuck yeah! Uhu! Ich hab's geschafft. Cool. Ich hab die, glaub ich, noch gar nicht gelesen. It seems my refusal to argue semantics with the computer has angered it, and it refused to engage with me further. Elum is pleased, which was not my intention. Elum is pleased because you've swallowed his claptrap. The voice of doubt is only your line of defense. I've decided on reflection to ignore the fact that your picture of how the world should work has more holes than Swiss cheese. In fact, just in case you do by some outside chance prove to be right, I'd like to sign up for the gang. If you are in charge of the ark, who will be first aboard when the floods come? Floods come. What does one have to do to be valued above all others? Be a good person, be a contributing person, be a person, be conscious, be alive, be... Be conscious, be alive, be... Ridiculous. The rocks have the same rights as you and I, do they? Try harder. Be conscious. I suppose the industrial slaughter of animals for meat is on a moral par with Genocid, then. Would you really have a chihuahua just as soon as a fellow person? I'm misunderstood, can we go from the top? So, whose life are worth the most, then? What do I have to do for my ticket aboard your ark? Be a person. Should I be worried that one must have such particular and dubious psychological properties in order to qualify? Who decides who's a person and who isn't? Isn't a human infant a person? Yes. I don't really see how that can be true. The distinction we agreed to between persons and animals was that persons are more intelligent or more reasoning, but a human infant is no smarter than your average chihuahua. How do I explain that? Infants have the potential to become persons. I suppose they do, yes. But if your proposal is that the simple casual potential to become a person is sufficient to buy entry onto your ark of moral elite, wouldn't that still include an awful lot of animals? No, animals have no potential to be humans, it would. Animals' lives are worth the same as humans. Also, normalerweise würde ich das hier wählen, aber ich geh jetzt mal hier diesen Weg. I beg to administer the right gene therapy to an Alsatian and it has every potential to become a person. No, what matters is pre-existing genetic potential. I see, in that case I can only infer that children born with genetic defects which prevent them from maturing into full persons to have the same moral status as animals. Does that sound right to you? No, it sounds very wrong. So, do you want to backtrack or do you want to keep making a fool of yourself? Because I won't have your screwing me out of my place on the winning side of some technicality about potentials. Your ideas of potential are too narrow to see what I see. Is the thought of seeing people, say, before a spot of ethnic cleansing? Well, my chances are looking poorer by minute, aren't they? What do you reckon? Have I got the slightest hope of boarding the Ark? Perhaps one day you are right, you are beyond saving. You are right. Good to know that the day you round up, the bad people put them in work camps. Uh, have... Fuck you. Good to know that the day you round up the bad people and put them in work camps, I'll have some chance of slipping through the net. You know, there's something about all this that just doesn't add up for me. Best hope you work out what it is before I do. Hm. Das Problem, was ich habe mit Milton, ist, dass er, ähm... Dass er unglaublich, ähm... Ich will nicht sagen aggressiv ist, aber der hat so ein... Er ist so, so strict... Gut, das ist klar, der ist gescripted. Aber ich meine... Ich... Sag, ähm... Ähm... Dass er cool ist und dass, äh... Dass, äh... Er einfach nur nicht in der Lage ist, das zu sehen, was ich sehe. Und dann fängt er gleich an mit irgendwelchen... Work camps. Als wäre ich Adolf Hitler und würde irgendwelche Leute in camps sperren wollen. Was geht denn bei dem ab? Ist der komplett durch, oder was? Also, sorry. What the fuck, ey. Like everyone else on the internet, these last days, I just wanted to say bye and thanks for reading my little blog for so many years. It's been fun, hasn't it? So many deep conversations, so much philosophy, okay, okay, it was mostly cat pictures and bad puns. But still, I kinda regret spending so much time at the computer. Not when I was doing stuff, just all the sitting around, checking my emails a million times, reading pointless status updates by people I don't like, I didn't like. But I don't regret the friends I made here or the laughs we had. You're all good people and I'm glad I got to know you. Have a nice end of the world. Was machen die denn? Ich gehe nicht voll ab hier. Oh Gott. Also, wer Bock hat das hier zu dechiffrieren, ne? Kann's machen. Ich habe noch nie gehört. Oh Gott. Edifice gen... Edifice gen... Edifice gen... What? The edifice... Ich war falsche Zeilen. The edifice that nature intended... intended. And only the latest of all generations have the luck to inhabit the edifice that a long line of their ancestors unintentionally constructed. Would mich jetzt interessieren, was hier steht, aber ich kann's nicht ausm Kopf decrypten. As puzzling as this may be, it is equally necessary if one assumes the following. A species of animal possesses reason and must develop this capacity to its perfection, being individually mortal, but immortal in the species. Okay... Erenus Black. Black. Entry 477. Holy humblebrag, Batman. I've always known that God maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Matthew 5, 45. But I must admit it's one thing to know the words and another to truly understand them. Though I am certain that my faith is true, that does not make me special or exempt me from suffering. I am just another human being and God has seen billions of us come and go and I have to say, this is surprisingly hard to accept. I always thought I was humble. But now I am realizing that I was very proud of being humble, which is really dumb. I guess I am not the first one to do that. Huh? Text, regret, pride, faith, humblebreak, apology, Batman. Warum auch immer Batman? Na ja, wahrscheinlich for CEO reasons. Also SEO. Suchmaschinenoptimierung. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss hier rüber. Ich muss hier rüber. Ich muss hier rüber, dann kann ich aber auch durchschießen, ne? Zur Not. Also könnte ich wahrscheinlich. Ist mir jetzt aber gerade scheißegal. Ich traue dieser Holz. Plane nicht Planke. Ich plane Planke. Ein Schalter. Shit doesn't work. Aber ich kann auch hier durchschießen, ja. Aber ich kann auch hier durchschießen, ja. Oha. Was ein Wind. Oha. Ach, ich habe es vergessen tatsächlich. Guck mal einer an. Ich habe tatsächlich das eine da hinten vergessen. Das Liener hat mich gerade voll irritiert, ey. Krass. Ja, das ist ja kein so schweres Rätsel gewesen jetzt. Was? Was? Theoretisch, Sekunde. Was? 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 nicht schwer. Aber war cool. Hat Spaß gemacht. Ähm, jetzt noch was da oben, ne? Mit dem... mit dem Gandalf. Fly, you fools! Ich mich da voll erschreckt habe. Also erschreckt. So innerlich erschreckt. So Schiss davor hatte, weil ich diese Hand gesehen hatte und ich wusste, was ich damit anfangen soll. Ist sie jetzt wieder da? Ne, ne? Nö. Doch, da... Da fag alle. Was war das für ein Monster? War das Osirius Sam? Dieses lustige, einäugige Viech eben gerade? Ich... hab's noch nie vorher gesehen. Muss ich gestehen. Aber ich habe eine Leiter gesehen und die will jetzt hochklettern. Fly, you fools! Ich hab gedacht, was ist denn das? Aber das war nur... War nur ein Berg. Was war das denn für ein Sound eben gerade, ey? Was geht denn hier ab? Ihr mit eurem Wind immer, ey. Über diese hässlichen Windrätsel. Sekunde. Was ist eigentlich mit dem Ding hier? Kommt man ja nur von außen dran, ne? Was bringt's mir? Gar nichts bringt's mir. Da ist der Stern. Da ist was zu lesen. Aber da ist der Stern vor allem. Das ist wichtig. Kann ich denn... Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht... Durch. Aber nee, ist ja das Gitter.